was geht leute mein name ist gayman und wenn ihr dieses video seht ist alles ok ein neues video von mir leute mein erstes live commentary und ich freue mich auch schon drauf im hintergrund seht ihr call of duty ghosts suchen und retten hab mal gestartet einfach und wollte mein erstes live commentary so machen und ja leute und jetzt geht es auch schon los okay die sieht irgendwie alles so aus ob es ein camstray hatte okay ist das jetzt ich weiß gar nicht ob das jetzt so ein hack ist oder so weil hier sieht wirklich so alles aus obwohl das spiel auch gerade gestartet hat sieht so aus ob ein camstray eingeschlagen hat okay ja erste runde verloren leute leider aber macht nix das spiel ist noch nicht vorbei ich wollte eigentlich mal in diesem video bisschen so über die next gerne sprechen welche konsolen ihr schon habt also ich zocke hier noch auf der playstation 3 und kauft mir auch bald die ps4 aber das muss noch ein bisschen warten leute also ich denke mal so februar märz hole ich mit die ps4 aber wie gesagt ich warte noch ein bisschen und ja leute ich habe ja auch schon ein kill was wollte ich gerade sagen also es hat gerade ein bisschen gehangen das wollte ich sagen und ja wie gesagt leute mein erstes live commentary commentary ich hoffe auch es wird euch gefallen leute weil es und es wird ein daumen hoch geben weil es ja ein erstes live commentary ist und ihr könnt euch auch freuen weil in zukunft werden mehrere live commentary kommen und wie gesagt viel spaß ich hoffe ihr hört mein controller nicht dass ein bisschen hier so rumquietscht das ist nicht nur ein bisschen mehr aber hier wird hier haben wir gerade noch ein kill gemacht und noch 1 ganz kurz ich bin der letzte überlebende hier irgendwie ich weiß nicht soll ich die bombe einfach legen die haben wir auch gerade noch schnell eingekillt aber das war immer noch nicht der letzte muss doch hier irgendwo sein leute ok hier haben wir auch noch eingekillt aber das war immer noch nicht der letzte leute also ich weiß gerade nicht wo der letzte ist egal legen wir einfach mal kurz die bombe weil ich gerade nicht weiß wo der letzte ist aber jetzt muss er automatisch kommen tja haben wir den auch gekillt leute vier leute glaube ich gekillt gerade bis jetzt läuft das gut leute mit meinem ersten live commentary und ich hoffe das geht auch weiter so ja genau ich hoffe ihr hört mich auch gut von laptop her aus ok leute jetzt müssen wir wieder aufpassen und uns konzentrieren ich lege mal kurz hier meine satcom schade schade leute ist leider gestorben ok jetzt wurde auch unsere marke von dem feind eingesammelt jetzt auch die runde sorry leute fertig wir haben diese runde verloren aber macht nix leute es geht immer noch weiter und ganz zuerst habe ich ja gesagt von der nest next gen wollte ich auch noch sagen sagt einfach mal eure konsolen welche ihr kaufen würdet wird oder habt und ja leute schreibt es mir einfach in den kommentaren würde mich auch sehr freuen wie gesagt schon mit die ps4 so im märz ja das ungefähr märz hol ich mir sie oh da hat eine gekämpft leute egal macht nix also wie gesagt im märz hol ich mir sie so aber sicher ist es noch nicht und ich kann ja dann auch mit den hdmi splitter dann aufnehmen weil ich habe eine hd pfeuer 2 und keine elgato und ja leute freut euch dann auf neue videos wie gesagt live kommentaris werden auch noch mehrere kommen und ja leute jetzt gucken wir hier mal einfach zu ähm weiß gar nicht mehr was ich sagen so leute guckt einfach nur zu ja da war ein gegner bis jetzt habe ich ein 7 zu 3 ich habe ein 7 zu 3 bis jetzt leute zum glück positiv weil wenn ich negativ bin in suchen und retten leute dann ist es sehr sehr schlimm allgemein sehr sehr schlimm natürlich negativ zu sein wer ist negativ alter wer ist schon negativ oh geiler kill geiler kill sammelt ja ja schön alle auf ok die runde haben wir auch gewonnen und wenn wir jetzt noch die runde gewinnen dann haben wir auch gewonnen wie gesagt 7 zu 3 habe ich jetzt ok und bin auf den zweiten platz egal leute das interessiert mich auch gerade nicht so ok wir legen uns mal kurz hier hin nicht denken jetzt aber das weiß ich ich bin kein camper aber nicht verstanden habe ich dass die map irgendwie so ein campstrike style war habe ich wirklich nicht verstanden leute ok den haben wir hier bekommen leute ganz locker easy ok ok wir kurz hier die kommen auch öfters öfters welche ich hoffe ich rede nicht zu leise weil wir haben es ist grad dunkel und wir haben nachts leute und ah leute die runde haben wir auch noch gewonnen locker easy leute äh ich glaub das war's auch jetzt oder glaube ich es geht ja nur bis 4 rum weil ich kenn mich nicht so aus leute ich zock nicht so oft so gut retten ja äh das war's leute wenn das video euch gefallen hat ähm macht einen daumen hoch leute abonniert mich für weitere und bessere videos und dann sag ich nur noch tschüss bis dann mit die und dann und dann und dann